Oh ja, der Triple-Kacke-Supreme, okay? Was sagst du dazu, Bruder? Wie findest du das? Dieser Typ da vorne scheint wirklich einen riesigen Mund zu haben und der hat Bock auf dieses Sandwich. Deswegen müssen wir tatsächlich unser Sandwich nehmen und langsam und sicher Richtung Ziel bewegen. Das bedeutet also, auf unserem Weg Richtung Mund müssen wir so viele Zutaten wie möglich aufsammeln plus nochmal tatsächlich Richtung Mund bewegen, damit dieser riesige Typ sein mini-kleines Sandwich bekommen kann. Aber er ist viel, viel hungriger, als er eigentlich aussieht. Oh mein Gott, das war das Mega-Triple-Tomato-Letters-Beef-Eck-Sandwich. Sehr interessant, alles dreifach. Dreimal Ei, dreimal Fleisch, dreimal alles und er ist, glaube ich, immer noch hungrig. Okay, so wie es aussieht, müssen wir uns in diesem Spiel tatsächlich darauf konzentrieren, dass wir das Sandwich so groß wie möglich bekommen und tatsächlich was Interessantes an diesem Spiel ist, dass die Steuerung nochmal ganz, ganz anders ist als sonst und dementsprechend muss man sich da noch ein bisschen konzentrieren und das Sandwich wackelt richtig, ja. Das wackelt richtig, aber das ist gar nichts für den. Das ist ja so ein ganz kleines Sandwich. Wenn wir dieses Sandwich erstmal irgendwie aufgestapelt haben, dann, 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 dann muss es doch immerhin größer sein. Wir müssen ihm ein riesiges Sandwich servieren, aber so wie es aussieht, fehlen uns dafür die Zutaten. Deswegen müssen wir so viele Zutaten wie möglich aufsammeln. Aber bisher sieht es noch eigentlich alles in Ordnung aus. Diesmal haben wir vierfach Salat, vierfach Ei, vierfach Fleisch. Ich glaube, das ist Level 3, was ihm vielleicht nochmal gefallen könnte. Vielleicht kriegen wir auch sowas wie so ein Turbo-Boost oder sowas, wo wir vielleicht noch mehr, möchten sie das Spiel bewerten? Nein. So, wir gehen weiter. Was hat, oh, jetzt kommt tatsächlich ein bisschen, oh, was ist das? Jetzt haben wir da tatsächlich eine Fischgeräte mit drin. Okay, wir werden die Fischgeräte natürlich nicht mit reinnehmen, sondern einfach nur so unser Sandwich weiter groß machen. Und da ist eine Socke. Eine stinkende Socke. Ja, aber die nehmen wir natürlich auch nicht mit. Wir füttern den einfach nur. Kau, kau, mein Kleiner. Der hat auch ein bisschen so eine kleine Villager-Nase. Kennt ihr den? Villager von Minecraft? Ähnlich, ähnlich die Nase. Nur, dass die ein bisschen rundlicher ist. Oh, jetzt, oh, oh, oh mein Gott. Jetzt haben wir tatsächlich, neben dem ganzen Fleisch, packen wir jetzt auch noch Sushi mit drauf. Das heißt also, ein paar Sashimis gibt es ja jetzt nochmal obendrauf. Eine schöne Sache. Dementsprechend hat er jetzt nochmal ein Fleisch, Sashini, alles mögliche Brötchen. Und die Brötchen werden größer. Okay? Gefällt es ihm? Ja, es gefällt ihm. Oh, wow. Jetzt haben wir tatsächlich nochmal was Neues. Und zwar ist das nämlich eine Fleischkeule. Die kommt jetzt einfach mit aufs Sandwich drauf. Okay? Da wird es einfach so eine riesige... Oh nein, jetzt haben wir das Ei verpasst. Aber zum Glück sind alle Fleischkeulen. Die Keulenfleisch. Alter, das ist jetzt... Okay, das ist nochmal ein bisschen größer. Wir sind erst bei Level 7. Okay? Das heißt also, es wird wahrscheinlich nur besser werden. Vier ganze Fleischkeulen. Drei Sterne haben wir dafür bekommen. Und wir haben jetzt tatsächlich sogar schon 490 Münzen. Oh, wow. Okay. Jetzt verändert sich auch schon nochmal nochmal das Spiel. Was ist das denn da hinten? Da haben wir nochmal irgendwie was anderes. Und zwar... Was ist das denn? Ein Oktopus? Kommen wir nehmen einen Oktopus mit drauf. Oh, oh. Ich weiß nicht, ob dieser Oktopus vielleicht gut ist oder nicht. Aber es kann sein... Oh, oh. Der guckt so, als ob er ihn nicht essen möchte. Oh. Okay. Er hat ihn gegessen. Aber er findet es gut. Nice. Oh, ein Kraken. Es ist ein Giga-Special-Sushi-Triple-Tomato-Meat-Double-Lettus-Beef-Eck-Kraken-Sandwich. Und er sagt, war sehr lecker. Okay. Ich glaube, dieses Level können wir jetzt einen riesengroßen machen. Okay. Nice. Wir gehen einfach weiter. Das Sandwich wird groß. Alter, kann man doch einen Stein draufpacken? Oh, nö. Oh, nö. Die Steine kann man gar nicht draufpacken. Oh, nein. Ich hab alles... Oh, mein Gott. Mein Sandwich ist ins Wasser geflogen. Oh, nö. Okay. Ich hab schon so oft gefüttert mit Tomatesalat und diese ganzen anderen Sachen. Und was krieg ich dafür? Nichts. Hier muss man... Oh, okay. Ausweichen. Oh, da bin ich wieder fast ins Wasser geflogen. Oh, nö. Ah. Nein. Jetzt hab ich eine Socke drauf. Oh, Gott. Ach. Gefällt ihm das mit einer Socke? Ich hab das Gefühl, dem gefällt alles. Kann das sein? Wisst ihr was? Wir machen jetzt mal ein Ekel-Sandwich. Ich glaub, es wird Zeit für ein Ekel-Sandwich. Okay. Das heißt, wir nehmen mit ekelhaftes Ding hier. Die Socke nehmen wir mit. Dann dieses ekelhafte Ding nehmen wir mit. Das hier nehmen wir mit. Oh, da sind jetzt nur ekelhafte Sachen drauf. Okay? Nur ekelhaft. Ich hab jetzt nur eklige Sachen drauf. Okay? Nur Socken. Oh, nein. Jetzt hab ich alles verloren. Jetzt hab ich sogar die ekligen Sachen verloren. Jetzt hat er einfach... Jetzt hat er einfach nur Brot gegessen. Und er findet das gut. Oh, Mann. Okay. Jetzt aber im nächsten Level. Okay. Jetzt hat er ein bisschen Steak mit drauf. Aber da ist alles eklig. Alles eklig und ein Steak. Wie schmeckt dir das? Wow. Der macht echt eine andere Animation. Das scheint ihm überhaupt gar nicht zu gefallen. Terrible. Okay. Das heißt also, man muss tatsächlich wirklich in diesem Spiel... Oh, nein. Jetzt hab ich trotzdem eine Socke mit draufgepackt. Egal. Eine Socke hält das schon aus. Das heißt, in diesem Spiel muss man wirklich aufpassen, dass man kein Ekel-Sandwich macht. Es muss zum größten Teil irgendwie lecker sein. Dann isst er das nämlich. Aber wenn es nämlich nicht lecker ist, ja gut. Dann scheint ihn das nicht so zu interessieren. Das war einfach schon Level 16. Ich würde ja gerne eigentlich einen neuen Skin kaufen. Aber es gibt Skins, der es ab 1500 Münzen... Oh! Da sind so Dings. Flamm-Dinger. Die sind, glaube ich, neu. Kann das sein? Kann man uns flambieren? Nee. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir mindestens einen Skin freischalten können. Okay? Mindestens einen Skin. Aber dafür kann man so gut... Oh mein Gott. Was ist das? Hä? Hä? Das ist einfach Gift auf der Straße. Okay. Also, das Gift auf der Straße dürfen wir... Oh. Oh. Oh nein, ich habe das Spiegelei verpasst. Oh, aber das Sandwich habe ich gerade richtig gut gemacht. Habt ihr gesehen? Oh Mann. Ich dachte, man kann diese lila Soße irgendwie benutzen. Wir machen jetzt mal nichts anderes drauf, außer Chilis. Okay? Ganz scharfe Chilis. Guck mal, da haben wir sogar die Chance. Einmal statt der Tomate. Chili. Dann Chili. Okay. Kein Fleisch. Alter, da kann man einfach Kacke. Man kann einfach Kacke sammeln. Oh, nicht schlecht. Das müssen wir auch noch machen. So. Jetzt haben wir einfach nur ein Sandwich nur mit Chili. Schmeckt ihm das? Wow. Okay, okay. Er scheint da ein bisschen zu scharf gegessen zu haben. Okay, okay, okay. Nicht übel. Nicht übel. Das ist echt witzig. Okay. Ich würde ihm aber auch gerne einfach nur ein bisschen so Kacke andrehen. Wie wir gerade eben gesehen haben. Es gibt einfach so Kackehäufchen. Und das könnte man ihm theoretischerweise ebenfalls zu essen geben. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Einfach nur Kacke. Auf dem Sandwich drauf, Mann. Okay. Das ist eine nice Sache. Oh, ja. Der Triple Kacke Supreme. Okay. Was sagst du dazu, Bruder? Wie findest du das? Oh, wow. Das ist echt... Das ist das widerliche Dreifach-Kacke-Sandwich. Nice. Wisst ihr was? Ich bin fertig hier. Ich glaube, das war genug. Ich habe heute das erste Mal jemandem ein Kacke-Sandwich serviert. Und ich glaube, ich möchte es nicht nochmal... Ah, doch. Wir müssen es fertig spielen. Wir brauchen noch... Wir brauchen noch 100 Münzen. Damit wir einen neuen Skin kaufen können in diesem Spiel. Okay? Einen neuen Skin. Alter, das sind so riesige Käsehäufchen, die wir da drauf haben. So richtige Käse-Dreiräder. So. Hoffentlich gibt er uns 100 Münzen dafür. Komm. 100 Münzen. 100 Münzen. 100. Gib uns 100. Oh Gott. Wie viel ist es? Er hat uns 70 gegeben. Müssen wir ihm noch ein Sandwich machen? Keule, Keule. Keule, Keule, Tomate, Keule. Dann hier. Bisschen Salat. Keine Kacke mit reinnehmen. Bloß keine Kacke. Okay. Und dann... Zack. Jetzt hat er eine Triple-Ultra-Keule Supreme. Keine Ahnung, wo die ganzen Knochen immer hingehen. Aber! Wir haben es geschafft. Wir haben jetzt 1540 Münzen. Los geht's! Oh, wow. Da gibt es nicht mal eine Animation. Was? Was? Das ist unser Skin? Das ist einfach Toastbrot ohne Rinde. Das ist... Dieser Skin kann weniger als der andere Skin. Oh, man. Okay, 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 okay. Meine werten Damen und Herren, das war's. Ich bin raus. Ich gehe jetzt erstmal Richtung shop.arribe.de, denn dort gibt es nämlich die besten Osterangebote. Meine werten Damen und Herren, serviert nicht zu viele Sandwiches, schon gar nichts mit Kacke. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Und ciao! Gib den Daumen nach oben. Ciao!